Der Sandmann Nein Das sah so aus, als ob die da dozenten Spaß hinten haben Sieht immer noch so aus Okay, dann gehen wir mal weiter in der Storyline Oh Gott Noch eine Leiter Kann man nicht durch Ist das er? Noch eine Leiter Okay, dann mal Hier hoch, Alter Das scheint mir alles sehr safe, was ich hier tue Das Sound ist mir schon echt krank Was? Nicht runterfallen Darüber will ich es gar nicht erst versuchen Das ist, glaube ich, viel zu weit, die Distanz Das ist die letzte Botschaft Vom Leviticus und Kapitel 15 ist es Wir werden uns das vielleicht dann nochmal im Stream dann alles nochmal ansehen So, Fotos Okay, zeigt ihr noch die Fotos Toll, das wollt ihr eigentlich nicht Seid bezeugen Gott sprach durch Mund Ezekiel Wir alle sind das A und O des Ezekiel Nur der Auserwählte des Herrn Werden Schutz finden Tempelgate Jesus Christus Sollte ich es bezeugen Naja, okay Wer ist jetzt Naja, muss doch jetzt nicht unbedingt Puh Keine Ahnung, warum hier überall die Evangelienpapaknoth rumliegen Ist nicht ganz so realistisch, wie ich finde Hat es gespeichert Gerade oben in OBS kurz zu sehen Was machen die da? Der Sandmann Nein Das sah so aus, ob die da dozenten Spaß hinten haben Sieht immer noch so aus Alter Alter, das ist ein krankes Gangbang What the fuck? Alter, Lynn Was ist das? Verpiss dich Was? Get off me Stop You have to tell me Get off of me Not unless you answer No Fine Then you have to give up If you say I win, I'll let you up Okay You have to say it You win, okay? Hey You're such a pushover, Blake Sie waren zusammen Was? Was zur verdammten Hölle War das? Gerade eben 800 Fuß unter der Erde Und unsere Frau hing da einfach, Alter Ich glaube, die hing da sogar so nackt, so wie so eine Spinne aufgehängt Alter Schwede Und ich hab schon durch dieses, dieses, dieses Holz da oben gesehen, da sah so aus, als ob der Alter Schwede Das übelste Sumpfmonster Gangbang Und unsere Frau hängt da einfach, so krank ist dieses Spiel Das ist einfach so krank Holy shit Gut, gehen wir mal Diese Transition war jetzt auch nicht so geil Also wir sind, wir sind offensichtlich zusammen Mit Jessica Also es ist ja Jessica, ne? Ja Guck mal von aus Ich weiß nicht, warum musst du so krank sein Wann hat sich dann? Hat Lynn gefragt, ob du mich gefragt hast? Ich fragte erst Ja So Ich weiß nicht Nerd Shut up Du bist Ja So, auch Nicht schlecht, oder? Stößt auf Nerds Sie sagte, ob sie gefragt hat, nicht? Vielleicht Ich weiß nicht Ich wollte nur wissen Du bist auch ein Nerd Ich weiß nicht Ja, das passt es doch Die Gänge kennen wir schon Warum sind wir eigentlich mitten in der Nacht in der Schule, Lynn? Äh, Jessica So viele Frauen Eindeutig zu viele Frauen Okay, wir haben Fälle von neun So früher Und das noch nie Äh, Jessica Was machen wir eigentlich hier so spät? Wo gehen wir eigentlich hin? Hm, ja, wie süß Jessica hat es direkt, äh, hintermaukratzt Du denkst, deine Eltern sind noch zu Hause? Nein Ich weiß nicht Normalerweise nicht, bis nach Nachmittag Du denkst, dass ich zurückgekommen kann? Ja Klar Ähm Warum? Warum was? Wie, warum willst du zurückgekommen? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Die Kinder von heutigen Tage, du Äh, okay Das sind die Kinder von vor 20 Jahren Aber okay Oh nein Oh, sorry We What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Laudermilch We stayed at their school for a journal? We were just leaving Let's step back into class, please Blake? You're not in trouble yet, Blake You don't want to get in trouble, do you? Nein Just stay with me Ähm, mitten in der Nacht? I want you two to tell me what you were doing in here Were you misbehaving? Nein Do I need to call your parents? Nein Jessica, do I need to call your father again? No, please I only want us to be friends Nobody's in trouble yet Does one of you think you can make this right? Jessica Jessica, look at me Will you pray with me? Will you help me make this right? Us? Why don't you go along home, Blake? Don't go Don't go Did I interrupt something between you two? It wasn't like that Then what did you want? Will you go to the house? You won't say? Doch You know Shame is a gift from God To let you know right from wrong And what you want is very wrong Go home and pray What? Say I want you to stay Blake, please This is awkward enough Nothing is the matter But I need you to leave us Don't Don't Everything is okay You can leave young man Walk away Komm mit Das ist doch Kranke Scheiße Die Arme Was macht der mit hier? Und warum alles mitten in der Nacht? Warum sind wir hier? Warum ist er hier? Oh, hier waren wir vor einiger Zeit Ach, das ist die Musikklasse Hier waren wir zur Das war die erste Stelle, in der wir In der Schule waren In diesem Raum Musikklasse Ein Raum weiter auch Alter, Luther-Milch ist das Okay Ach, und da sind wir übrigens Und wir, der kleine Junge Alter, der Luther-Milch Warte mal Wir sind ja jetzt Stimmt, das ist anders Wir sind ja das kleine Junge hier Wir haben weder eine Kamera, sonst noch was Und jetzt sind wir wirklich in 1995 Okay Kranke Scheiße Keine Kamera Brennt schnell, der Kleine Türen alle zu Ich kann nicht interagieren In die Schränke geht der Junge auch nicht Was erwartet uns hier? Alter Spätestens Da hätte ich schon Sehr Schiss Als kleiner Junge Was? Wir müssen wieder zurück Okay, ich wollte nur kurz absichern Ob wir nicht hier lang können Fuck Jessica Renn So ist es verlaufen Bringt jemand Hilfe Hilf mir, Blake Gehen Sie weg von mir Hören Sie auf Pater Luther-Milch Was? Was? Ich weiß nicht was du denkst, was du gesehen hast Was? Was? Okay, können wir nicht lang Tschau Äh Tschau Äh, ich bin überfordert Ich kam da irgendwie nicht lang Alter, diese Szene gerade Fuck my life Dieser ekelhafte Typ Ey, hier können wir doch lang Hey, ich kann mir gerade nicht weiter Dieser abartige Typ Ah Mauer Ich weiß nicht mal, wo wir lang müssen Ich laufe nach dem Motto Irgendwo kommst du schon an Aber da gab es so viele Wege jetzt Eine Treppe Okay, die 800 Uah Okay, du musst rennen, Junge Ich weiß doch, dass du total tot bist Lin Was? Lin Was? Was? Bitte Ich will nicht hier sterben Ich will nicht, unser Baby zu sterben Ich will nicht Ich will nicht, ich will nicht sie töten Und schon wieder sind wir hier Soll der Mensch nicht scheiden Wie sind wir wieder nach oben gekommen? Wir waren fucking 800 Fuß tief unter der Erde Was passiert, während wir unseren Tagtraum hatten Wir können jetzt sagen, mir die Aufnahme anzusehen Und schon wieder haben wir unsere Frau gefunden Dann lass es nicht vergehen Lass es bitte nicht vergehen Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte Vergangen sein Die keinen Sinn ergeben Was ist das für ein Licht? Boah Ja, 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 ja So weit weg wie möglich Scheiß auf alles Also scheiß mal spüren Welchen Atom hat das drauf Sieht ein bisschen aus wie ein Zombie von dem Ich weiß nicht, was denn Jetzt kommen wir wieder durch Und kommen wir nicht durch Was kann denn sein? Okay, doch, kann es rein. Was? Was? Oh mein Gott. Was haben die mit ihr gemacht? Ja. Alter, in dieses ekelhafte Bett. Okay, okay, ich habe nur... Es wird alles okay sein. Oh Gott, komm, komm, komm! Junge, du kriegst gerade ein Baby und da passiert das. Jede Schwangerschaft, äh, äh, jede Geburt erscheint in Zukunft leichter. Fuck. Was der fuck? Ich denke, ich denke, dass etwas falsch ist. Irgendwas? Es tut mir so viel. Ach so, das meinst du, okay. Aber es ist gerade nicht so leicht. Du musst noch durchhalten. Du musst durchhalten, du musst durchhalten. Das sagt sich leichter als getan, das ist klar. Fuck. Fuck. Was machst du in so einer Situation? Was machst du? Nein. Dreckige Alter, ey. Der Alte wird jetzt vom Lid getroffen, Alter. Wow. Wo kommt das denn her? Schön. Die Alte Fotzado. Okay, das musste ich mal sagen. Fuck you! And fuck your God! Ja. Die dreckige Schlampe. So würde ich dich sterben sehen. Das freut mich noch mehr als der Tod von Chris Walker, Alter. Richtig geil. Diese Ekelhafte. Diese Ekelhafte ist einfach tot. Sehr geil. Okay, da kommen wir eigentlich rein. Da kam die, Alter, oh ja, ey. Da würde ich auch nicht rein. Wah! Ekelhaft. Ekelhaft. Oh.